Wohnen muss man sich leisten können, auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Hier lebt es sich im Durchschnitt zwar immer noch preiswerter als im Westen der Republik, aber in den Großstädten ziehen die Mietpreise kräftig an. Am teuersten ist das Wohnen in Jena, Leipzig, Dresden, Weimar, Erfurt und Umgebung. Die durchschnittliche Kaltmiete liegt bei 6 bis 7 Euro pro Quadratmeter. In den Großstädten Sachsen-Anhalts zahlt man 5 bis 6 Euro pro Quadratmeter. Außerhalb der Ballungsräume bieten der sächsische Vogtlandkreis und der thüringische Landkreis Greiz den günstigsten Wohnraum mit oft weniger als 4 Euro pro Quadratmeter. Wer sich seine Wohnung nicht mehr leisten kann, dem hilft aber auch nicht automatisch ein Umzug in eine kleinere. Denn für neue Mieter heben die Vermieter oft die Preise kräftig an, sodass am Ende 70 Quadratmeter genauso viel kosten wie früher 100 Quadratmeter. Spitzenreiter bei den sogenannten Angebotsmieten ist wiederum Jena. Hier zahlt man nach einem Umzug rund 10 Euro pro Quadratmeter. Das sind fast 3 Euro mehr als bei den durchschnittlichen Bestandsmieten. In Leipzig und Dresden macht die Differenz 2 Euro aus, in Sachsen-Anhalts Großstädten 1 Euro. Die Mietpreisbremse hat daran übrigens nichts geändert. Das Missverhältnis von Angebot und Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungszentren ist so groß, dass die Mietpreise ungebremst nach oben schnellen. Wir wollen das Thema vertiefen. Mir ist jetzt Zakaria Seid zugeschaltet vom Mieterbund Sachsen-Anhalt. Ich grüße Sie. Danke für die Einladung. Grüße Sie. Herr Seid, wenn man sich den Mietindex der letzten 25 Jahre mal anguckt, dann ist der eigentlich immer gestiegen. Was ist jetzt eigentlich aktuell anders? Ich finde, daran erkennt man ja an sich, dass das Problem nicht erst seit gestern besteht, sondern im Grunde schon seit 25 Jahren und deutlich länger. Die Preise für die Mieter, für die Wohnung steigen. Und sie steigen vor allem auch in den letzten Jahren. Das sieht man auch an diesem Index. Was der Index aber auch nicht abbildet, ist ja im Grunde, wie das miteinander zusammenhängt, vor allem auch, wie das Gehaltniveau in Sachsen-Anhalt, in Thüringen und in Sachsen dort eine entscheidende Rolle mitspielen. Und wenn die Preise steigen und das Gehalt nicht mitsteigt, dann haben wir am Ende weniger zum Leben. Absolut. Jetzt hat die Bundesregierung das auch erkannt und hat schon 2015 die Mietpreisbremse eingeführt. Warum, fragt man sich ja, steigen die Mieten dann eigentlich trotzdem? Gut, bei der Mietpreisbremse müssen wir berücksichtigen, dass sie erst einmal nur für Städte gilt, die von den Bundesländern auch benannt werden. Das ist in Sachsen-Anhalt keine Stadt. In Sachsen haben wir zwei Städte, genauso in Thüringen. Die Mietpreisbremse ist auch zwar eine gute Idee, aber letztendlich bleibt sie trotzdem eine moderate Bremse. Man muss einfach wissen, dass es keine Aufsichtsbehörde gibt, die die Mieten prüft, sondern letztendlich sind die Mieter selbst gefragt, dann zu überprüfen, ob dort eine überhöhte Miete gezahlt wird. Daher rate ich immer, vor allem in diesen Städten dann auch den Mietpreis bei den Mietervereinen prüfen zu lassen. Dort kann man dann auch feststellen lassen, ob die Miete zu hoch ist und entsprechend vielleicht sogar eine Rückforderung geltend machen. Jetzt haben wir das auch gerade eben im Film gesehen. Wenn Umziehen oder wenn Umziehen das Mieten noch teurer macht, dann bleiben die Menschen doch eher, wo sie sind. Was würden Sie sagen, was macht das mit dem Wohnungsmarkt? Damit sprechen Sie ja ein wirklich großes Problem auch zusätzlich mit an. Natürlich ziehen die Leute dann weniger oder sind weniger dazu geneigt umzuziehen, wenn sie dann für weniger Wohnraum deutlich mehr zahlen müssen. Auf der anderen Seite muss man aber auch letztendlich feststellen, dass die Mietpreise ja nicht nur durch die Kaltmiete steigen, sondern auch zusätzlich noch durch die Heizkosten, also durch die Nebenkosten, die ebenso in den letzten Jahren enorm gestiegen sind. Dann kann es sich vielleicht doch wieder lohnen, in eine kleinere Wohnung umzuziehen. Das muss man sich dann im Einzelfall jedes Mal genauer ansehen. Vielleicht doch letzte Frage mit Bitte um kurze Antwort. Gibt es eine Lösung aus Ihrer Sicht? Wie könnte man aus dem Dilemma rauskommen? Die Lösung muss sein, mehr bauen, mehr ermöglichen, die Vorschriften für den Bau einfacher gestalten, dass der Bau auch wieder günstiger wird, sodass einfach mehr Wohnraum geschaffen wird, damit die Leute auch einen angemessenen Wohnraum haben können. Herr Seid, ich danke Ihnen für diese Anordnung. Dankeschön. Danke auch. Danke.